Themen, die unsere heutige Gesellschaft betreffen, liest man täglich in der Zeitung. So steht die Zeitung quasi als Pol und Archiv unserer zeitgeistigen, so fragwürdigen Wertvorstellung und sieht sich wie ein roter Faden durch das Diplomprojekt von Thais Bauer. Somit ist am Beginn des Projekts ein Video einer Zeitungsfabrik zu sehen und gestaltet in Kombination mit der Etude von Nikolai Kapustin einen energiegeladenen Start. Im weiteren Verlauf werden die Themen der Dialoge immer wieder durch Zeitung und Schlagzeilen initiiert. Thais Bauer versetzt das Publikum in einen Bewusstmachungsprozess, in dem die Zeitgeisttendenzen aufgezeigt und hinterfragt werden. Dieser soll jedoch nicht moralisieren, sondern zeigen, in welcher perversen Situation sich die Gesellschaft nach Meinung der Diplomantin befindet. Und auch so, dass ich in That's Life gestanden muss, die Frenchie in das Haus. Die musikalischen Acts, wie zum Beispiel die Frim Fram Sauce von Joey Ricardel, sind unterhaltsam und kabarettartig angelegt. Zum Schluss wird das Projekt mit dem thematisch passenden Stück That's Life von DNK und Kelly Gordon swingend abgerundet. MINUTTER